Radek ist der Beste. Nein, Chris ist der Beste. Okay, sie sind both awesome. That's right, may the best win. Ja, greifen wir an. Es ist ja Standard, dass man einen Rückblick machen muss von 2018. Dann hat man auch mehr Glück in 2019. Und besonders viel Glück hatten wir, dass wir nicht komplett gehasst worden sind. Das haben wir mal am Anfang gesagt, als wir unsere Gesichter präsentiert haben. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung von unserem Kanal. Angefangen Anfang des Jahres mit wie vielen Leuten? 600. Und jetzt sind sie auf 2300 angewachsen. Und das sind fast 400% Wachstum. Und da kann man schon zufrieden sein. Und wenn wir das jetzt 2019 nochmal vervierfachen, sind wir fast bei 10.000. Aber gut, die Anzahl der Abonnenten ist jetzt nur sekundär. In Wahrheit geht es uns natürlich um die Qualität der Abonnenten. Und da seid ihr schon mit Abstand die Besten. Und wir haben natürlich eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Wettvorhersagen für alle, die Facebook noch die Stange halten, auch wenn es vom Aktienkurs der Firma immer weiter bergab geht. Und damit entgegengesetzt zu unseren Wetteinnahmen. Aber die Mitgliederzahl hat sich auch auf 1050 entwickelt. Und ja, macht Spaß. Es gibt einige, die da oft kommentieren und dabei sind und wetten, posten. Und da werden wir auch 2019 einiges machen. Genau. Vor allem nutzen wir schnell das Video, um Danke zu sagen für jeden einzelnen Abonnent, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Danke. Dann kannst du was über deine Special Group, weil wir haben ja neben dieser Wettvorhersagengruppe, wo einige Wettarten zusammenfließen, auch verschiedene Special Groups. Du hast dann eine NBA-Gruppe, Basketball. Ja, ich habe es in einem anderen Video einmal die Analyse-Wetten von der letzten Saison angedeutet. Für mich ist das Wetten eigentlich ideal gewesen, um weiterhin NBA-Basketball intensiv zu verfolgen. Wir sehen es hier in der Statistik ein bisschen. Letztes Jahr einen positiven Yield von 4,8 Prozent gehabt. Und Anfang dieser Saison erst ein bisschen Minus. Jetzt im Dezember ein bisschen Plus. Insgesamt auch ein Plus. Und sind auch ganz optimistisch, dass es auch wieder am Ende positiv ausgeht. Und eben das ist auch in der NBA-Basketballgruppe zu sehen. Und alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn. Und da müssen wir doch unsere Mädels hier ganz kurz nehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen, posten wir auch in unserer Facebook-Gruppe. Vor allem letztes Jahr die Damen-Basketball-Bundesliga und auch das ein oder andere Nationalländerspiel. Läuft ganz gut. 183 Wetten zu einer Durchschnittsquote von 1,88 angespielt. Und das mit 63 Prozent Win-Rate. Den Yield sieht man leider nicht mehr. Der Yield war bei 12 Prozent. Überragend. Wenn du rutschst, wird es mal sehen. Und mit deinem Tipp, Radek, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft dieses Jahr noch besser. Denn waren relativ clever die Quote göttliche 71 Prozent bei einer Quote von 2,05 und einem Yield von 32 Prozent. Also das läuft richtig gut. Und warum danke dir? Weil du gesagt hast, dann setz doch einfach mehr Geld drauf, wenn du das eh ganz gut weißt. Und naja, wir mögen Frauen halt. Zumindest beim Basketball. Nein, auch sonst. Es gibt schon ein paar Nette. Und dann in der Double-Bets-Gruppe. Meine eigentlich hauptsächlich Fußball-Wettgruppe, die angefangen hat mit Double-Bets um die Quoten von 1,4 kombiniert zu einer Quote von 2,0. Und im Laufe der Zeit aber immer mehr Einzelwetten um die Quote von 2,0 geworden sind. Da haben wir einen sehr durchwachsenen Verlauf. Wir gingen mal rauf, mal runter. Im Endeffekt sind die Gewinnberge immer höher geworden, auch wenn es zwischenzeitlich mal wieder runter geht. Das liegt einfach an den teilweise dann hohen Einsätzen. Da werden dann schon mal auch in kurzer Zeit 10, 20 Einheiten gewonnen, aber auch wieder mal verloren. Im Endeffekt kommt es aber darauf an, dass man am Ende irgendwo im Plus landet. Und das sieht doch ganz optimistisch aus, dass das auch 2019 wieder nach oben geht, zumindest. Weil es ja 2018 in alles, in allem gerade mit einem Downs-Wing geendet ist. Aber naja, so ist es halt beim Wetten. Also bei wem es immer nur bergauf geht, der macht mehr richtig als ich wahrscheinlich. Aber geht natürlich auch bei vielen einfach nur bergab. Meine zweite Gruppe, die 3x-Bett-Gruppe, ist eine Eishockey-Gruppe. Und die hat es in Sicht, auf die habe ich mich jetzt sehr konzentriert in den letzten Wochen, auch müssen, weil es schlecht lief. Also man kann sehen, der November begann mit minus 36 Einheiten. Und hier sind wir. Dann habe ich angefangen, alle möglichen Statistiken zu analysieren. Ich habe zum Glück einen sehr guten Freund. Der ist Doktor der Mathematik an der LMU München und von Beruf Statistiker. Und der hat mir dann geholfen, diese Daten alle auszuwerten. Und wir haben ein Modell entwickelt, mit dem wir dann im November noch den Verlust in sage und schreibe fast 70 Einheiten Gewinn umgekehrt haben. Doch dann, was kam dann? Wie jedes Jahr Weihnachten. Irgendwo war der Wurm drin. Die Favoriten haben nicht mehr geliefert. Und es ging in den Keller. Ich habe dann Weihnachten und die Tage zwischen Weihnachten und Silvester genutzt, um noch härter und intensiver zu analysieren. Und die Kurve ist wieder nach oben gegangen. Also, das liegt auch an einer größeren Zuverlässigkeit der Mannschaften. Die kann man wieder besser einschätzen. Vor Weihnachten war in vielen Sportarten oft der Wurm drin, wenn man hauptsächlich auf Favoriten tippt. Und so auch in den NHL. Aber jetzt seit Weihnachten ist es ein Gewinn von 43 Einheiten schon wieder. Und hier geht der Trend auch wieder nach oben. Steil nach oben, wie man hier sogar sieht. Und ich bin nach wie vor von meiner Statistik überzeugt, dass das auch so relativ weitergehen wird. Vielleicht geht es dann wieder auch mal nach unten. Solange es am Ende positiv ist, ist es ja alles perfekt. Genau. Und besonders positiv soll es bei uns dank einem Typen werden. Der Faxe, unser bester Kumpel, Faxe Bookie. Er hat vor ein paar Monaten das Licht der Welt erblickt. Und eigentlich erst im Dezember haben wir dann eine Faxe Bookie Challenge bei einem Wettanbieter gemacht. Haben dort den Bonus mitgenommen. Und aus den insgesamt 400 Euro Einzahlungen wurden 939 Euro in einer Woche gemacht. Entspricht natürlich einem Gewinn von über 500 Euro. Und ja, wir machen auch im neuen Jahr eine Faxe Bookie Challenge. Die beginnt am 15.01. Und ihr könnt euch schon anmelden unter xbet.tips auf unserer Webseite slash faxe oder schaut euch mal um auf der Seite und abonniert unseren Newsletter oder unsere Wetttipps per E-Mail. Und dann verpasst ihr diese Challenge auch nicht. Der Wettanbieter wird im Laufe der nächsten Woche dann bekannt gegeben. Wir sind da noch nicht ganz sicher, wo es denn den besten Bonus gibt. Aber es soll halt ein 100, vielleicht sogar 200 Euro Bonus dann freigespielt werden, um auch mal ganz gut ins neue Jahr zu starten. Wir werden dann aus unseren Gruppen NBA, NHL und auch Bundesliga die besten Tipps jeden Tag auch in unserem Telegram-Kanal dann veröffentlichen. Aber das erfahrt ihr alles, wenn ihr euch für die kostenlose Faxe Bookie Challenge anmeldet. Muss man immer dazu sagen. Also wir wollen da nicht an euch verdienen, sondern mit euch. Und deswegen auf ein erfolgreiches 2019. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBED.